Ich sehe, dass auch die letzten Herrschaften Platz genommen haben und vermute, dass nun keiner mehr kommt. Der Wunsch von Millionen geht in Erfüllung. Sie erleben ein Wiedersehen mit Heinz Rühmann in der Paraderolle aller großen Komiker als Charlies Tante, die merkwürdigste Frau, die je die Leinwand unsicher machte. Die Frau müssen wir uns ansehen. Das ist nämlich Charlies Erbtante und wir versprechen uns von diesem Abend sehr viel. Na, Hände weg, Sie Schmutzwink. Was ist denn, eine Dame? Wettet das, dass es Charlies Tante ist? Alles dreht sich um die Frauen. Ja, hier ist schon wieder der Direktor von der Kassel-Stahl. Der Koks ist jetzt da, aber ich kann trotzdem nicht kommen. Ein Gasometer ist inzwischen undicht geworden. Na, wie riecht es denn auf einmal hier so komisch? Nichts ist so komisch wie diese Tante. Machen Sie das? Unter Ihrem Ohr qualmt es ja. Ja, da wird es auch ganz heiß. Peter, ich muss sofort das Kleid wieder haben. Heute Nacht noch? Bitte, bitte, sofort. Wie stellst du das vor, man kann auch einer Dame nachts nicht einfach die Klamotten ausziehen. Bitte, Peter. Ah, ich kenne Dietrichs, ich weiß, wie man das macht. Eine höchst pikante Geschichte. Sehr erfreuliche Aussicht. Gefällt Ihnen mein Kleid nicht? Oder kommt es Ihnen bekannt vor? Enorm. Gehen Sie bis zum vierten Stock und dann noch ein kleines Stück. Das wohnt die Liebe und das große Glück. Alle Männer liegen hier zu Füßen. Charlies Tante. Ein Film voll mitreißender Komik. Ein Feuerwerk der guten Laune. Unter der Regie von Hans Quest erleben Sie ein großartiges Ensemble. Die bezaubernde Hertha Pfeiler und schweren Nöter Walter Giller. Elisa Loti und Ina Peters. Den charmanten Klaus Biederstedt und Hans Leibelt. Die Putzmunterer Ruth Stephan und Bumm Krüger. Paul Hörbiger in einer Glanzrolle. Und Heinz Rühmann als Charlies Tante. Die beste Tante, die es je gab. Heinz Rühmann erwartet Sie. Demnächst in diesem Theater. Die sophisticated Tante, die es je habt, war der Sport ein geöffnet. Untertitelung des ZDF, 2020